Amalie Struwe Erinnerungen aus dem badischen Freiheitskämpfen Den deutschen Frauen gewidmet Hamburg 1850 Die zweite Volkserhebung in Baden Seit langer Zeit hatte ich geahnt, dass ein neuer Sturm losbrechen werde. Mein Wunsch war, in diesem Falle die Gefahren meines Gatten teilen zu dürfen. Unerwartet plötzlich brach die September-Revolution aus. Mein Gustav wünschte, ich möchte wenigstens so lange in der Schweiz bleiben, bis die Sache der Republikaner einen festen Haltpunkt gewonnen haben würde. Allein, obgleich ich kein günstiges Vorgefühl für diese zweite Schilderhebung hatte, war ich doch fest entschlossen, meinen Gatten zu begleiten. Ich hatte bei der ersten Schilderhebung die Qualen der Trennung zu tief empfunden, um dieselben ein zweites Mal ertragen zu wollen. Zudem glaubte ich, dass mein Beispiel ermutigend wirken und dass ich imstande sein möchte, dem Vaterlande einen Dienst zu leisten, wenn ich an dem Kampfe für die Freiheit und die Tugend Anteil nehme. Wenige Stunden, nachdem mein Gatte im Geleite einiger Freunde den badischen Boden betreten hatte, folgte ich ihm, begleitet von meinem Bruder, in einem Wagen nach. Einen mit Waffen und Munition beladenen Leiterwagen führten wir mit uns. Ich kam gegen Abend in Lörrach an und stieg bei einer befreundeten Familie ab. Es war mir peinlich, dass ich, statt, wie ich es seit Jahren gewohnt war, mit meinem Gatten zu arbeiten, von demselben getrennt und untätig bleiben musste. Niemals empfand ich so tief die unwürdige Stellung, in welcher sich bis zum heutigen Tage das weibliche Geschlecht gegenüber dem Männlichen befindet. Warum sollte die Frau, welche die Fähigkeiten dazu besitzt, nicht arbeiten dürfen im Augenblicke der Entscheidung? Warum sollte die Gattin, welche die Gefahren des Gatten teilte, nicht auch teilnehmen an seinen Arbeiten? Für wahr, solange selbst im Sturm der Revolution so viele Rücksichten auf hergebrachte Vorurteile genommen werden, wird das Joch der Tyrannei nicht gebrochen werden. Ich wusste wohl, und dies war mein Trost, dass Struwe gerne mit mir gearbeitet hätte, allein. Er glaubte in diesen Punkten dem Rate, seine Freunde nicht durchaus entgegenhandeln zu können. Der Aufenthalt in Lörrach war daher für mich nicht so anziehend, als er es unter anderen Umständen hätte sein können. Nichtsdestoweniger war ich Zeuge der allgemeinen Begeisterung, mit welcher das Volk die neue Freiheitsbewegung begrüßte. Namentlich konnte ich aus eigener Anschauung erkennen, dass unter den Frauen von Lörrach und der Umgegend der größte Eifer und die wärmste Hingebung für die Sache der Freiheit lebte. Nicht bloß die Jüngeren, auch die älteren Frauen. Selbst Mütter und Großmütter ermutigten die ausziehenden Freiheitskämpfer, schmückten sie mit Scherpen und Bändern, fertigten Fahnen und selbst Patronen an und bewiesen durch Wort und Tat, dass sie den innigsten Anteil an der neuen Volksbewegung nahmen.